Tränen flossen bei der Eröffnung der Weltklimakonferenz 2013 in Warschau. Denn am Beginn dieser Versammlung in Bolden gab es eine Schweigeminute für die tausenden Tote, die ein Tsunami kurz vorher gefordert hatte. Ein Vertreter der Philippinen, wo dieser Tsunami gewütet hat, war dabei und er hat besonders geweint und getroffen vom Los einer Landsleute forderte er wirksame Maßnahmen für die Zukunft des Klimaschutzes. Für den Vertreter der Philippinen Jebsan, für viele Fachleute und für mich ist es klar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen Stürmen, die immer stärker werden in der letzten Zeit und der Umweltverschmutzung. Denn der immense CO2-Ausstoß durch Industrie und Verkehr fördert den Treibhauseffekt. Dieser wiederum begünstigt die immer größer werdende Zerstörungskraft dieser Stürme. Wie viele und wie schreckliche Katastrophen müssen wir noch erleben, damit wir endlich lernen und uns mehr einsetzen für einen besseren Umweltschutz. Ich denke, dazu bräuchte es vor allem eine neue innere Einstellung zur Natur. Ich möchte da von Franziskus von Assisi lernen. Er fühlte sich mit der Natur liebevoll verbunden. Der Wind war für ihn ein Bruder, die Grille nannte er Schwester und einer seiner Gefährten schrieb, wir, die wir mit Franziskus zusammen gewesen waren, wir sahen, dass er sich fast über alle Geschöpfe innerlich und äußerlich immer freute.